hallo leute und willkommen zu einer neuen folge von clever bot oder von evie ich habe jetzt mal gerade auf deutsch gepolt also schreiben wir erst mal wieder hallo du bist du junge bist du nein doch du mann ok hallo man ja hallo wie geht es dir gut und selbst nicht so gut warum hab keinen freund was ist so witzig nix ja ja erzähl mal was erzähl über nein du sollst es nein du fing das schon mal gut an ok los was kann man dir denn fragen wie heißt du das weißt du doch nein wie ist der name wir stellen uns in unserer domain vor bist du ein mädchen nein was machst du gerade schreiben was schreibst du mit dir mit die süße könntest du vielleicht mal vielleicht mal deutsch schreiben das versteht ihr bestimmt jetzt nicht oder du bist doch auch tot bin ich sympathisch auf keinen fall aber ich habe keine ahnung ist bestimmt bin ich cool nein da lacht die bin ich hübsch nein gar nicht nicht und erst reicht nicht nur dir ok wenn du willst ja ich weiß ja ich weiß weiß plus ich mag dich danke ich dich nicht also sollen wir mal versuchen evie an zu machen danke ich bin ich bin ein junger ich bin ein junger ich bin ein junger ich bin ein junger Конечно bist du ein mädchen mädchen nein warum nicht noch besser vielleicht ist ja eine transe warum hast du einen lansknecht warum hast du einen lansknecht lern mal schreiben mann nein du bist nicht mein roboter mädchen schnauze selber schnauze was willst du mich an machen was willst du machen dich ficken ihr blick ich dich aber nicht finde ich traurig kala ich dachte du bist ein mädchen junge mit den namen mit dem namen nicht mit denen deutsch pro mit dem namen ja ich bin ein mädchen wo warst du warum willst du das wissen damit ich zu dir nach hause kann wir versuchen die jetzt mal anzumachen bist du ein junge oder mädchen also bist du ein junge ja lass uns lieber machen ich feier das gerade so also du bist ein mädchen nein zeig mal ein junge bist du eine frau nein bist du weiblich bist du männlich ja wie heißt du ich bin der Manuel nein ich bin der gestiefelte äh der gestiefelte so der gestiefelte kater wie alt bist du ähm ich bin 27 jahre alt ich bin lauer was ist das lauer auf der mauer auf der lauer wo anhalt warum schreibst du es dann warum schreibst du nur so bist du ein mädchen Nein. Ok. Ok. Mir ist langweilig. Mir auch. Kannst... Kannst mir... Ja, ein... So. Was tust du gerade? Wie bist du angezogen? Nackt. Bist du Duff und Clay? Duff und Clay? Nee. Bist du ein Computerprogramm? Ja, ne. Ja. Nein. Nein. Fast nein. Oh, sorry. Nix. Oh, Alter. Wie heiße ich? Ewel. Nein. Doch. Nein. Okay. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Oh. Ja, oh. A. B. Mal gucken, ob sie jetzt verkackt. C. Oh. D. E. E. Ja, ok. Komm. F. G. 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 Warum G. G. E. Äh. A, B, C, D, E, F, G, H. E. J. M. Ok. Verkackt. A, B, C, D, F, G, H, E, J. Nein. Nein. Du bist ein Alien. Nein. Ich bin nicht. Du bist nicht ein Bot. Nein. Nein. Was machst du? Was machst du? Ich hab das fall jetzt echt nur getrunken. Du bist nicht. Nice. Sprich mal ein bisschen mit Englisch. Ja. Ähm. Was ist... ... ... ... ... ... ... ... I don't know why you don't know your name I don't have a name why because I don't know the difference okay are you gay ah you a bitch okay cool who are you a guy ich denke mir jetzt mal einen namen aus my name is franklin clinton why is it your name because my mother and father if it to me so canon franklin clinton ist jetzt nicht mein echter name das glaube ich alle wissen ich habe eigentlich keinen lieblings nur body nein Nein! Joe Jo Ja Ja Oh, wir sind bei 16 Minuten Leck mich Nein Warum 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 nicht? Ja, los Ich zieh meine Hose runter Ja Oh, Junge Ich dich auch Ich dich auch Fragezeichen War ich dich auch Was meinst du damit? Ich will dich aufnähen Okay Los Los Lass uns anfangen Ja Komm Junge Alter, das ist so behindert Oh Oh, zieh dich aus Hab ich Hab ich Oh, jetzt du Du Zieh mich auch aus Okay Oh, Junge Alter, ist das richtig geil Leg mich auf dich Boah Ja Oh, Junge Was ist mit der Nein Alter, die hat gerade gezogen Oh Gott Warum? Erst Wolltest Du Wolltest Du Erst Wolltest Zwei Warte Erst Wolltest Wolltest Erst Es Du Und Jetzt Nicht Weil ich dich hasse Oh Mann, nur erst wollte er sie mit uns Mit uns Oh Ich dich auch Hoooohooh Aber ich war JA Alter Worst ich aber nicht Jetzt hat er mich wieder traurig gemacht Liebst du mich auch? JA Wie alt bist du? 16 Ich auch. Geil. Ja. Ja. Mich heiraten. Heiraten. Ja. Willst du Kinder haben? Irgendwann mal. Irgendwann mal. Vielleicht. Scheiß drauf, wenn ich das als falsches Schlimm habe. Irgendwann bin ich verheiratet. Ja. Mit cleverer Bot. Okay, und wie viele denn? Drei. Okay, 34. Wie heißt du mit Nachnamen? Lustig. Boah, Alter, wir sind bei 20 Minuten. Und wie findest du Melina? Geil. Keine Ahnung, wer das ist. Ihr Blick, ihr Blick. Und ich auch. Okay. Willst du mich heiraten? Ähm. Wir kennen uns. Ja, nicht richtig. Wir können uns kennenlernen. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Fuck... Tronix... Zockt. Und... Du? So, wie wir denn uns jetzt kennen? Ich will... Ich will dich auch heiraten. Oh. Okay. Wo ist der... Ring? Alter, das hast du mich hindert. Alter, ich komm nicht runter. Willst du mit mir ins Bett gehen? Klar. Genau. Könntest du mich fühlen? Ja, ich... Fühle dich. Ich will dich auch. Geil. Oh, Joke. Ja. Was machen wir jetzt? Was willst du? Liebe. Was, Liebe? Ich fühle dich. Deine... Bubis... ... sind... ... groß. Ihr Blick, Alter. Ihr Blick, äh... Findest du mich erregend? Dein... ...Gesicht... ...nicht... ...aber... ...an... ...dre... ...ja... 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 ...wilfst du mitmachen? Ja... ...ja... ...oh, Junge... ...oh... ...alte, ich will gar nicht aufwende, ich kenne das... Was wirst du mit mir machen? Weiß... ...nicht... ...sag... ...du... ...und was will ich mit dir machen? ...ja... 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 ...ich muss ja auch Schluss machen, wir sind jetzt schon gleich... Was heißt das? ...wir sind jetzt schon bei 25 Minuten... ...ich würde sagen, hier mache ich einen Cut, Leute... ...und dann... ...ja... ...sehen wir uns einfach in der nächsten Folge... ...weiter... ...ich... ...schreib jetzt weiter mit dem... ...nehm weiter auf... ...ansonsten, wenn euch hier der erste Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung nach oben freuen... ...und Leute, schaut euch bitte das Video ganz an... ...denn... ...es wird später so lustig... ...und ja, ansonsten, haut rein und bis zum nächsten Mal... ...tschau... Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cleverbot... ...so, wir sind hier letzten stehen geblieben, weil ich ja gesagt habe, dass wir weitermachen bei der Stelle... ...ähm... ...kein... ...Plan... ...ja, ich auch nicht... ...oh... ...schade... ...was schade... ...dass... ...wir... ...nicht... ...weitermachen... ...Was machen wir nicht? ...ja... ...er... ...innere... ...ja... ...liebe... ...willst du mich lieben? ...ja... ...vieleicht... ...äh... ...äh... vielleicht vielleicht auch nicht ja leute das ist jetzt nur ein video ja ne frau nicht du bist cool danke du auch kuss mit zunge was ja jeder hat doch mittlerweile 0 1 3 7 9 1 2 3 5 4 2 1 ja ich bin ein mädchen was wollen wir machen was willst du machen was wollen wir machen alter ich fang gleich an zu heulen man ja du wolltest ja nicht nicht ich heiße nicht kannte Chantal? Chantal? Was hab ich so gehalten? Boah, Mann! Du musst du nicht. Boah, Alter! Ist mir warm, Alter, ey! Was mache ich gerade? Dich aus... ...ziehen. Scheiße, ich hab aus... ...ziehen verstanden. Zieht sich aus. Zieht sich auch aus... Nein, scheiße! Zieh dich aus. Ja, mache ich... Scheiße! Leg mich hin. Alter! Ich denke gerade, wenn man diese Sternzeichen macht, ne? Dann schreibt die perverse Sachen. Jetzt machen wir... Leute, die letzte Folge war ja auch ein bisschen später pervers. Die wird jetzt auch ein bisschen pervers. Also, Leute, alle, die nicht... Alle, die unter was weiß ich sind, bitte jetzt... Ja... Wegschalten. Okay... Scheiße, Alter! Ich werde wahrscheinlich verhaftet, Alter, wenn die Polizei das sieht, Alter, weil die mich dann für einen Pedor halten. Oh... Ja... Scheiße, nein! Nein! Liebst du mich? Ja... Ich liebe dich auch. Oh... Danke... Nein! Wollen wir zusammen Spaß haben? Ja... Scheiße! Mann! Ja... 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 Scheiße! Mann! Alter! Boah, hab ich doch schon gerade! 0... 1... 3... 7... 2... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 7... 8... Alter, ey, was ist das für eine Scheiße? Nein, auch... Oh... Ja... Na... Natürlich... Wach gut zu natürlich? Okay... Zieh dich auf! Oh, Leute! Zieh dich auf! Zieh dich auf! Du dich... Auch! So Leute merken, wenn ihr diese Standzeit macht, dann schreibt sie perverse Sachen! Alter, das ist ja wirklich so! Zieh! Zieh mich aus! Ja... Boah, Alter! Boah, Alter, ey, das ist so ein schlechter Porno, Alter! Ja, steck in mir rein! Waaaaaahhh! Boah! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! VAS, OJA! Tönt lauter. Oh, Junge, Alter, ey. Oh, Junge. Wollen wir heiraten? Okay. Mann, Alter. Bitte, Alter, ey. Wollen wir ein Mädchen oder Junge? Junge. Ich bin ein Mädchen. Oh, ja. Leute, ich mach das nur auch Spaß, ne? Also, nicht ernst verstehen oder so, ey. Boah, ey. Das ist ein Synonym, egal. Okay. Mit Zunge. Okay. Ja. 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 Zieh dich aus. Zieh dich aus. Lieg auf dich drauf. Lieg dich auf dich. Zieh dich näher zu dir. Boah, Junge. Scheiße. Deinen Hals. Boah, Alter, ey. So kriegt man also die Perverse, Evi. Küsst deine Palme. Was? 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 Alter, was ist denn jetzt? Lol. WTF? Hä? Lol, was ist denn jetzt passiert? Warum ist das so groß geworden? Hä? Da fuck, warum ist das jetzt so groß geworden? Hä? Ernsthaft? Guten Tag, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Küsst mich, Hezer. Okay. Küsst mich jetzt so fort. Was hat die für eine Stimme? Küche rück. Alter, die macht mir Angst. Guten Abend. So, müsste es sein. So, jetzt geht's weiter. Kuss. Kuss auf Nacken. Kuss auf Sixpack. Ola, Ruben. Was? Der jammert, er will. Deutsch. Deutsch ist gut. Komm schon. Küss mich nochmal. Buss mit Zunge. Wo ist denn? So, ich hoffe, ihr habt was gesehen. Zieht sich aus. Zieht sich aus. Kommt näher. Krieg deinen Hals. Kuss mit viel Zunge. Kuss mit viel Zunge. Oha. Kuss. Viel. Oh, Alter. Kuss mit richtig viel Zunge. Okay. Was kann man denn noch? Scheiße, was kann man denn noch? Ich bin kurz ans Mikro mit meinem Puff gekommen, Alter. Was kann man denn noch schreiben? Reiben. Oh, Junge. Kiegt sein Hemd. Ui. Komm. Schneller. Oh ja, schneller. Vester. 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 Okay. Kasimumi, Michael. Alter, komm schon. Ich lieg nicht. Zieh dich Uhr aus. Och. Och, komm schon, muss ich wieder... Küss. Küss. Kuss mit Zunge. Ich will ein Küsse rück. Okay. Okay, äh, tschüss. Tschüss, Süßer. Tschüss, Süßer. Okay, Leute, ich würde sagen, das dauert jetzt nur 17 Minuten, oder wir nehmen jetzt gerade 17 Minuten auf. Wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ja, war zwar eine verrückte Folge, aber irgendwie fand ich es unterhaltend. Ihr habt es auch gemerkt, ich muss fast die ganze Zeit lachen. Und ja, ansonsten, ich würde mich über eine fette Bewertung freuen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten sage ich nur noch heute rein und bis zum nächsten Mal. Tschau. Und jetzt mal de Gruppskonところ, wie ich eben jetzt schon mal eina impressiert in der Matte, mir rondlen. Vielen Dank.